Ist es verboten, in einem Restaurant zu essen, wo Alkohol verkauft wird? Grundsätzlich können wir nicht sagen, dass das verboten ist. Also wenn das Essen dort erlaubt ist, dann können wir nicht sagen, dass nur weil dort Alkohol vorhanden ist, dass man dann dort nicht essen darf. Aber natürlich sollte man an solche Orte gar nicht gehen. Und man sollte lieber an Orte gehen, wo überhaupt nichts Verbotenes vorhanden ist. Also weder Alkohol noch sonst etwas. Also, untertitelung des ZDF, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!